Herzlich Willkommen zum Video Tutorial Bildergeschichte mit Keynote erstellen. Um eine Bildergeschichte mit Keynote zu erstellen, öffnen Sie bitte im ersten Schritt die Anwendung auf Ihrem iPad. Erstellen Sie eine neue Präsentation über das Plus-Symbol in der Menüleiste oben oder über den Button in der Mitte. Um eine Vorlage von Keynote zu nutzen, wählen Sie die Option Thema auswählen. Es öffnet sich die Vorlagenbibliothek von Keynote. Wählen Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt, durch Antippen aus. Die Vorlage öffnet sich im Anschluss im Bearbeitungsmodus. Um eine Bildergeschichte zu erstellen, möchten wir im ersten Schritt die Vorlage für unsere Anforderungen anpassen. Wählen Sie dazu in der Menüleiste oben das Pinsel-Symbol aus. Tippen Sie im Anschluss auf den Menüpunkt Folienlayout bearbeiten. Der Bearbeitungsmodus des Folienlayouts öffnet sich. Dies erkennt man an der blauen Färbung in der Kopfleiste. Auf der linken Seite sehen Sie nun alle Foliendesigns, die in der Vorlage zur Verfügung stehen. Wählen Sie eine Folienvorlage aus, die bestenfalls bereits eine Grafik und ein Textfeld aufweist. Denn so kann die Bildergeschichte schnell erstellt werden. Im Beispiel entscheiden wir uns für das geteilte Layout mit einem Textelement links und einem Bildelement rechts. Dies eignet sich am besten zur Gestaltung einer Bildergeschichte. Durch Antippen eines Elements, hier der Textbereich, kann das Element nach Wunsch bearbeitet werden. Im ersten Schritt formatieren wir den Textbereich im Reiter Text. Standardmäßig ist bei diesem Textbereich der Text mittig im Element angeordnet. Um den Lesefluss aber zu vereinfachen, setzen wir den Text auf obenbündig. Tippen Sie nun noch auf den Menübereich Listen und Punkte, um die Aufzählungszeichen aus dem Textelement zu entfernen. Wählen Sie dazu im nächsten Menübereich die Option ohne aus. So entsteht eine Textvorlage, die einen Fließtext enthalten kann. Im Reiter Text lässt sich zudem die Schriftart für das Textelement bearbeiten, also zum Beispiel eine vordefinierte Schriftart nutzen oder auch die Schriftgröße anpassen. Probieren Sie hier gerne etwas herum. Das Bildelement müssen wir an dieser Stelle nicht bearbeiten, da es bereits der richtige Platzhalter auf der Folie ist. Im Folienlayout könnten wir die Größe des Bildes oder auch die Anordnung der Elemente auf der Folie nach unseren Wünschen konfigurieren. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen auf der Folie zufrieden sind, wählen Sie im Kopfbereich Fertig aus. Wir sind nun wieder in der klassischen Folienbearbeitungsansicht. Über das Plus-Symbol auf der linken Seite unten können wir unsere Präsentation nun eine neue Folie hinzufügen und das Design auswählen. Wir wählen nun das eben angepasste Design aus. Die Folie erscheint in der Bearbeitungsansicht in der Mitte. Sie sehen, das Textelement ist in dieser Ansicht leer, da es sich nur um einen Platzhalter handelt. Auch das Bild ist nun als Platzhalter hinterlegt. Dies erkennen wir am Plus-Symbol unten rechts in der Ecke. Um nun Ihre Bildergeschichte zu starten, tippen Sie bitte auf das Plus-Symbol auf dem Bildelement. Sie können hier nun entscheiden, ob Sie in den Platzhalter ein Foto oder auch ein Video aus Ihrer iPad-Galerie einfügen möchten oder in diesem Moment ein entsprechendes Foto machen möchten. Wir wählen Foto auswählen und gelangen in die Fotogalerie unseres Gerätes. Hier empfiehlt es sich natürlich vorab, die gewünschten Inhalte aus dem Internet herunterzuladen. Dies kann über verschiedene lizenzfreie Bilddatenbanken oder auch zum Beispiel über die IQSH Mediathek erfolgen. Sobald Sie auf das gewünschte Bild getippt haben, wird es im Platzhalter eingefügt. Ein großer Vorteil der Platzhalter ist, dass das Format des Bildes automatisch an die Maße des Platzhalters angepasst wird. Bereiten Sie nun so viele Folien mit gewünschten Bildern zur Bildergeschichte vor. Tippen Sie auf das Textelement links, um auch bei Bedarf hier Text hinzuzufügen. Es öffnet sich die virtuelle Tastatur. Falls nicht, haben Sie sicherlich eine externe Tastatur an Ihr iPad angeschlossen. Die Methode Bildergeschichte ist jedoch eigentlich dafür gedacht, dass die Kinder die Textbereiche anhand der Bilder auf den Folien vervollständigen. Lassen Sie daher die Textbereiche leer und versenden Sie Ihre Präsentation zum Beispiel über AirDrop an die Kinder oder legen Sie die bearbeitbare Präsentation in einem Learning Management System ab. Viel Spaß beim Ausprobieren!